Hast du schon vielleicht verschiedene Körper- oder Persönlichkeitszustände erlebt und du bist dir aber nicht ganz sicher, ob das Dissoziation eine Form der Dissoziation war? Möchtest du vielleicht auch mehr darüber erfahren, was in unserem Körper während einer Dissoziation vor sich geht bzw. wieso sind diese verschiedenen Stufen und Formen von Dissoziation bei uns in der Kindheit entstanden? Ich bin Gabriela, Körperpsychotherapeutin, psychologischer Berater und ich freue mich jetzt auf dich. Dissoziation ist eine Reaktion auf traumatische Ereignisse, bei der sich das Bewusstsein und die Wahrnehmung von der Realität trennen. Ganz einfach erklärt findest du ein anderes Video auch dazu. Dissoziation wird oft missverstanden und pathologisiert, wobei diese Überlebungsstrategie von uns ist eine universelle, menschliche und völlig natürliche Reaktion. Als Reaktion auf Traumata ist der dissoziative Prozess ein lebensrettender Mechanismus, der uns hilft, Erfahrungen auszuhalten, die ansonsten unerträglich wären. Ohne Dissoziation hätten viele von uns die heftigen Erfahrungen ihres Lebens wohl kaum überlebt. Angesichts der Geschichte menschlichen Leid kann man bezweifeln, ob unsere Spezies ohne die Fähigkeit zu dissoziieren überhaupt bis heute Bestand gehabt hätte. Im Alltagsverständnis wird Dissoziation mit Bewusstsein verbunden. Wenn das Bewusstsein nicht da ist und nicht existent ist, also zum Beispiel, ich bin zum Einkaufen gegangen, komme ich ja beim Supermarkt an und ich habe keine Ahnung, welchen Weg ich von zu Hause entlang gelaufen bin, weil ich keine Erinnerung habe, kann ich diese als eine alltägliche Erfahrung mit Dissoziation bewerten. Zwar ist dieses Erlebnis nicht unbedingt pathologisch, kann ja jedem von uns mal passieren. Wir sehen daran aber, inwiefern wir dissoziiert sein können und dennoch funktionieren. Was für dich aber vielleicht etwas neu ist und ungewöhnlich, dass wir jetzt Dissoziation als körperlichen Vorgang vorstellen und eher als physiologisches statt als psychologisches Phänomen betrachten. Und gleich wird es dir auch ganz klar, warum das so wichtig ist, aus Sicht des Körpers zu untersuchen. Denn der Kopf kann sich an Vergangenes erinnern oder sich Gedanken über die Zukunft machen. Im jetzigen Moment jedoch können wir nur sein, indem wir voll und ganz in Kontakt mit unserem Körper sind. Der Körper lebt nur im Jetzt. Und voll und ganz in unserem Körper zu leben, ist funktionell identisch damit, voll und ganz im Moment, im Jetzt in der Gegenwart zu sein. Je mehr wir von unserem Körper abgeschnitten sind, desto weniger sind wir im Jetzt. Wenn wir nicht im Jetzt leben, läuft unser Leben immer durch den Filter früherer Erfahrungen ab, vor allem durch den unaufgelösten Traumata. Du kannst es dir am besten und einfachsten so vorstellen, dass du stets eine Brille mit dem Namen Trauma trägst und die ganze Welt und auch dich selbst betrachtest nur durch diese Brille. Du siehst alles nur in diesen Farben und du spürst bzw. spürst du nicht durch diese Brille. Ich betrachte diese Brille mit der Dissoziation als ein Lebensspektrum. Und zwar ein ganzes Spektrum, abgedeckt von Betäubung, Überspaltung bis hin zu Fragmentierung. Und genau diese drei Dissoziative Vorgänge schauen wir uns jetzt an. Am besten stellst du dir dazu ein Tier vor, das gerade in die Tierfalle geraten ist. Nicht wenige Spezies, damit mit dem Leben davon kommen, beißen sich ein Körperteil ab. Genauso kannst du dir Dissoziation vorstellen. In dem Moment, wo man sich ein Teil vom Körper abtrennt, gibt der Organismus zur Bewältigung eines frühen oder momentaner Traumata seine intakte Ganzheit völlig auf, um sich zu retten. Sowohl Betäubung als auch Abspaltung und Fragmentierung bewirken auf allen Ebenen des Erlebens Dissoziation. Denn neurowissenschaftlich betrachtet sind wir Erlebnisnetzwerke. Das bedeutet, dass wir einzelne Erfahrungen immer auf alle Ebenen unseres Körpers, unseres Organismus abspeichern. Demnach, wenn wir ein Teil von unserem Körper abspalten und abtrennen, dann werden die damit verbundenen Emotionen, Körperempfindungen, kognitive, also gedankliche und geistige Anteile auch abgetrennt. So lassen sich erklären, dass ganz situativ, also nur in bestimmten Situationen, die mit der ehemaligen Traumata in Verbindung stehen oder gerade getriggert wurden, ganz prototypische Störungsbilder oder Symptomfelder oder eingeschränkte Fähigkeiten zu beobachten sind. Zwei Beispiele. Tagsüber die Gymnasiasistin auf dem Weg zum Einzelabitur, nachts optisch nicht wiederzuerkennen im Rotlichtmilieu. Oder tagsüber eine geistig behindert wirkende Person, die nachts E-Mails versendet, die ein intelligenter, reflektierender Mensch verfasst haben muss. Ich bin mir sicher, dass du die bei dir selbst beobachteten Störungsbilder oder Symptome oder eine Hochfunktionalität im Business und zugleich zu Hause stets ein Shutdown oder Schamattacken erlebende Anteil besser erklären kannst. Wie vorhin bereits erwähnt, Betäubung, Abspaltung und Fragmentierung bewirken auf allen Ebenen des Erlebens Dissoziation. Belastungen, die der Organismus gerade noch bewältigen kann, werden als Stress und verzweifelte innere Not erlebt. Werden Stress und innere Not jedoch unerträglich, so reagiert der Organismus auf diese Überforderung zunächst mit Betäubung, dann mit Spaltung, wenn es weitergeht, und schließlich mit Fragmentierung. Für diese lebensrettenden Vorgänge zahlen wir allerdings einen schrecklichen Preis. Und nun zur Betäubung, zu der ersten Stufe der Dissoziation. Es ist nützlich, wenn wir zwischen zwei Arten von Betäubungszuständen unterscheiden. Es gibt den Zustand des gedämpften Erlebens, so eine Art Dimmerschalter. Und es gibt den Zustand nach Herausspringen der Sicherung, sogenannte Shutdown. Der erste Zustand des gedämpften Erlebens, wie in eine Art Nebel, wird von vielen Menschen ähnlich beschrieben. Sie hätten zu diesem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, wie dicke Bandagen zu tragen oder wie in Watte gepackt zu sein, wodurch sie alles weniger intensiv erlebten, vor allem ihre Emotionen. Einige verwendeten dafür die Metapher, sie seien danach wie aus einer Trance erwacht. Andere dagegen sagten, es sei gewesen, als hätte man ihnen eine örtliche Betäubung verabreicht. Es war nicht so, dass sie überhaupt nichts fühlten. Alle Gefühle waren lediglich gedämpft oder stumm geschalten. Das Erlebnis, aus diesem gedämpften Zustand aufzutauchen, wird durchgängig aber gleichartig so beschrieben, mit einem Mal den Körper deutlicher wahrzunehmen oder buchstäblich klarer sehen zu können. Unter anderem leuchten die Farben stärker, das Sehvermögen verbessert sich, die Person fühlt sich stärker präsent und nimmt ihre Umgebung mehr wahr. Ob du solche Zustände auch schon erlebt hast? Der zweite Zustand der Betäubung empfinden wir nach herausspringender Sicherung. Diesen Zustand kannst du auf zweierlei Art und Weise erfahren. Die erste Situation ist typisch, wenn jemand einen Unfall zum Beispiel erleidet und einen sogenannten Schock erlebt. Diese tritt in dem Moment auf, wo alle Emotionen und Empfindungen wie abgestellt sind, so als sei buchstäblich eine Sicherung herausgesprungen. Wenn ich dich in diesem Zustand fragen würde, ja und was spürst du denn in deinem Körper, dann würdest du höchstwahrscheinlich verwirrt und angstbesetzt mich ansehen. Die zweite Situation erleben die Menschen mit Entwicklungstrauma und zwar in einem Zustand der Dauerspaltung, also in der nächste Stufe der Dissoziation, wenn diese Spaltung mit dem meistens einhergehende, ganz ganz große innere Energie und sympathische Übererregung, die wir aber dann später bewusst oder unbewusst als Aggression, Wut und Hass erleben, nach innen aus agieren. Da unser Organismus aber nur eine eingeschränkte Speicherkapazität aufweist, ist irgendwie logisch, dass zumindest ab und zu aber unser System dann irgendwann wieder abschaltet und wir eine Dekompensation oder einen sogenannten Shutdown erleben. Die nächste Stufe der Dissoziation entwickelten wir uns für die Fälle, wenn zum Beispiel Missbrauch, Misshandlung, eine Art Gewalt, Krieg, sonstige einstürzende und toxische traumatisierende Reiter über längere Zeit nicht aufgehört haben, als erneut ganz natürliche Folge und Reaktion unseres Organismus auf solche Zustände war, dass wir neue Strategien entwickelt haben, die aber zunehmend aggressiver waren. Zuerst haben wir protestiert, dann Empörung und schließlich, wenn dies kein Erfolg zeigte, unbändige Wut. Das Problem ist, dass Aggressionen auszudrücken für ein Baby oder ein Kind, welches in vollständiger Abhängigkeit von Bezugspersonen gelebt hat, eine nur höhere Lebensgefahr bedeutete, als die Bedrohung der Bezugspersonen selbst. Also musste eine andere Strategie her, welche nicht nur die Betäubung gewährleistete, sondern half uns als Kind, auch uns vom Kontakt zu unserer aggressiven eigenen Reaktion abzuschneiden. Denn wir mussten nicht nur mit den Gefahren von außen klarkommen, sondern auch mit unseren eigenen aggressiven Impulsen, die in uns selbst herumtobten. Dies taten wir durch Spaltung, Verleugnung und Projektion unserer aggressiven Impulse auf anderen. Melanie Klein und andere Psychoanalytiker betrachten Spaltung primär als eine psychische Reaktion auf die Frustration früher Triebe. Dagegen Körperpsychotherapeuten wie Vertreter von Narm oder Somatic Experiencing und insbesondere traumasensitives Yoga, welches ausgerechnet und sehr spezifisch für Betroffene von KPTBS entwickelt und klinisch untersucht wurde, sind der Auffassung, dass abgespaltene Aggressionen das Ergebnis früher Trauma sind, aber dass nicht nur als psychischer, sondern auch als physiologischer, also körperlicher Prozess. Die Gefühle, Hass, Wut und die Kampfreaktion, die Kinder gegenüber Eltern erleben, die sie vernachlässigen oder ihnen Gewalt antun, wird psychisch durch Spaltung und physiologisch dadurch bewerkstelligt, dass alle Systeme nur noch auf Sparflamme laufen. Es besteht eine funktionelle Einheit zwischen dem psychologischen Prozess der Spaltung und dem physiologischen Prozess des Herunterfahrens aller Körperfunktionen. Bereits im Mutterleib, von der Empfängnis an, gehört die physiologische Spaltung zu den primären Schutzmechanismen, um mit der überwältigend hohen energetischen Ladung derart invasiver intrauteriner Bedrohungen wie chirurgischen Eingriffen, chemischer Toxizität und Traumata auf Seiten der Mutter umzugehen. Im späteren Leben wird diese hohe sympathische Erregung bewusst oder unbewusst als Aggression, Wut und Hass erfahren. Ein weiteres, sehr gut beobachtetes Phänomen bei Menschen mit Bindungs- und Entwicklungstrauma ist, wenn misshandelte und vernachlässigte Säuglinge und ältere Kinder ihre aggressive Impulse gegenüber ihren Eltern abspalten, um sich ihrer liebenden Gefühle ihnen gegenüber zu bewahren und die Bindungsbeziehung zu schützen. Denn irgendeine Bindung ist immer noch besser, vor allem lebensrettend, als gar keine. So schwer Kinder auch vernachlässigt oder misshandelt werden mögen, sie werden bemüht sein, die Liebe zu ihren Eltern zu schützen, indem sie die bewusste Wahrnehmung ihrer Verletztheit und die eigene Wutreaktion auf diese Verletzung verleugnen. Ich selbst brauchte sehr, sehr lange dafür, in mir selbst das auszumachen und mit mir selbst zu versöhnen, dass ich damals, ich war ja schon bereits 17, 18, aber meine Mutter nicht angezeigt habe, als sie meine Schwester halbtot geschlagen hat. Der Grund war nicht nur diese Unwissenheit, dass ich das tun hätte können, sondern auch die sogenannte Täterloyalität und eben die Abspaltung inneren aggressiven Empfindungen meiner Mutter gegenüber. Immer wieder hört man Aussagen bei Klienten oder auch bei Kindern und ich war ja auch davon nicht ausgenommen. Meine Mutter hat das gar nicht so gemeint. Sie war nur gerade nicht so gut drauf. Das Bild des betreffenden Elternteils schützen zu wollen, kann sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen und sich in Sätzen wie, mein Vater hat uns nicht misshandelt. Er hat uns zwar die Woche ein-, zweimal verprügelt, aber das haben wir uns nur bekommen, wenn wir das gebraucht haben, zeigen. Und nun zum dritten physiologischen Vorgang, der nur dann eintritt, wenn die ersten zwei Strategien über Lang nicht ausreichend wirken. Bei vielen Menschen mit dieser Überlebensstruktur geht es nicht so weit, dass sie eine Persönlichkeitsstörung entwickeln. Dennoch wird Fragmentierung zum Bewältigungsmechanismus für ein überwältigend hohes Maß an Erregung, also innere Anspannung, und schmerzhaften Emotionen. Auf der biologischen Ebene bewirkt Fragmentierung in allen Systemen des Körpers eine mangelnde Kohärenz, also Einheits- und Intaktgefühl. Bei besonders schweren und oder anhaltenden Traumata fällt die dissoziative Reaktion entsprechend extremer aus. Denn dieser Bewältigungsmechanismus für Betroffenen ist die absolute Notlösung. Auf der Ebene der Psyche und des Verhaltens lässt sich Fragmentierung an einem Mangel an Beständigkeit und am Grad der Desorganisation ermessen, die sich durch sämtliche Aspekte des Lebens zieht. Einige führen ein chaotisches Leben, sind außerstande länger in einem Job zu bleiben oder haben ein großes Durcheinander auf der Beziehungsebene. Fragmentierte Menschen sind nicht in der Lage, zusammenhängend von ihrem Leben zu berichten. Eine ausgeprägt pathologische Form von Fragmentierung ist das, was wir als dissoziative Identitäten bezeichnen. Diese Begriffe wurden durch die WHO im 2019 bzw. in der Neue ICD-11 so eingeführt. Bitte merke dir einen ganz ganz entscheidenden Unterschied. Von dissoziativen Identitäten unterscheiden wir die sogenannten Persönlichkeitszustände. Diese sind auch in ICD-11 zu finden und diese Idee bzw. Konzepte dazu verwendet die Psychologie schon lange für innere Instanzen, Zustände, Anteile, Ego-States und so weiter. Eine ähnlich wichtige Differenzierung bzw. Abstufung von dissoziativen Persönlichkeitszuständen oder teildissoziierten oder dissoziiertes Handelns ist, ob diese Persönlichkeitsanteile, Persönlichkeitszustände oder dissoziative Identitäten situativ die volle Kontrolle übernehmen und ohne unser Willentliches wollen, aber ausführen und situativ bestimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann kann hier vereinfacht der Sammelbegriff der Ego-States verwendet werden. Wenn diese Anteile mit Fähigkeit die exekutive Kontrolle über das Handeln zu übernehmen verfügen, dann sprechen wir nach ICD-11 von entweder teildissoziiertes Handeln oder voll dissoziiertes Handeln, aber dazu im nächsten Video. Betäubung von Spaltung und Fragmentierung erfahren. Aber ich bin mir sicher, dass du noch die eine oder andere Fragen hast. Stell sie mir gern entweder in den Kommentaren oder schreib mir auf meiner Internetseite oder du kannst mich auch auf Instagram finden unter der Woche, dass ich auch dort mehrfach poste. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und bis sehr bald. Gabriela